Goddammit! Ich habe hier so viel abgegraben. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Alles gut, Melly? Ja! Gib mir ein Biskus! Oh boy! Vor allem habe ich auch ein Problem, dass ich nicht weiß, wie ich hier wieder rauskomme. Ich habe zu viel abgebaut. Ich sehe nicht mehr, wo mein Ausgang ist. Okay. Du bist im fucking Twitter-Twitch angemeldet. Und ich gehe auf Tam-Stream und schreibe Awu. Und ich denke mir, Moment, Maudidono! Ich weiß nicht, wovon sie redet. Sie ist verrückt geworden und ist nicht mal sich selber. Ja. So, abmelden. Jetzt muss ich mich wieder anmelden. Ah, also muss ich dann wieder den blöden Code machen. Ich will nur einen Ancient Debril! Ich will wissen. Was willst du wissen? Nichts bestimmt, dass ich will wissen. Wissen im Allgemeinen. Das Substantiv Wissen. Okay. Weil, ich meine, falls du was allgemeines wissen willst, über Minecraft sagst du. Ich weiß ja nichts Spezifisches. Ich kann dich ja nichts Spezifisches fragen, weil ich nicht weiß, dass es so gibt und so. Und jetzt, wenn ich wieder angemeldet bin, kriege ich Werbung. Ja, das ist voll fies. Bei mir ist es immer so, hey, ich schaue bei Twitch irgendwo zu. Äh, hab's vor. Dann, ähm, ganz am Anfang sind so komische, äh, die Audio ist so ganz komisch. Ich kann nicht. Ja, immerhin sind buggy Seiten hier. Äh, geht immer so davon aus, ja, hier, andere Programmierer wissen was zu tun? Nein. Nee, kein Programmierer weiß wirklich was zu tun. Einfach nur, weil der ganze Scheiß nicht dafür da ist, um ihn zu kapieren, weil man nicht die Zeit bekommt. Das ist, weil sie alle viel zu groß sind, die Scheißzeiten, dass es viel zu viele Sachen gibt und alles. Wo ist der Ancient Debris, den ich suche? Ah, ach so. Komm schon! Huch, wo bin ich jetzt? Ist das eigentlich meins? Aber dann hätte ich das hier abgebaut. Oh man. Oh man. Die Strahlen kreuzen sich gerade, Chi. Du wärst nicht Kacke an Pipi-Strahl kreuzen. Ähm. Kacke-Strahl. Wobei, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Als hättest du nie Durchfall gehabt. Ja doch. Vor kurzem sogar. Da war auch ein Strahl. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so ausführen sollte. Ja, erzähl mir deine Dünnpfiff-Erfahrung. Alles klar. Ich war aufs Klo, hab gedrückt und psst. Krass, oder? Ja. So geht's bei mir. Wenn ich Dünnpfiff hab, dann geh ich selbst aufs Klo, wenn ich nur furzen muss, weil ich mir selber nicht traue in dem Moment. Das ist vernünftig. Kacke-Storys. Fürs Let's Play. Wäre ich special. Hatten wir nicht irgendwo eine Zuckerrohrfarm? Ähm. Ja. Äh. Wie erkläre ich das am besten? Weißt du eigentlich, wo sind die Sauses? Oder ist da nicht aus einem Berg? Mit der Schlange drauf. Äh. Grob. Ich bin da schon ein paar Mal vorbei. Geflogen. Ja. Da in der Nähe auf jeden Fall. Recht nah dran. Wozu? Wo ist der? Da, da. Komm schon, ich will doch nur ein fucking... Na doch, noch ein fucking Ancient Debrief. Ich dachte, ich hab's schon gehabt. Und dann hab ich... eine gute Menge. Da, 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 da. Ach ja. War da rein oder was? Hm? Hat grad die deutsche Nationalhybne gesungen. Okay. Ich hab Xenoblade doch gespielt. Gut, oder? Ich nicht. Noch lange nicht. Ja. Das ist ein Abfallsturm. Ich find das Ende von dem Spiel ziemlich cool. Also nicht das Ende ändern, sondern halt... wo man dann ist und so. Also gebietsmäßig vom Aussehen. Find ich cool. Ja gut, dann brauchst du mir nichts erzählen, weil... Nee, ich sag's nur. Vielleicht... Kann's nicht beurteilen. Kriegst du davor voll. Ich bin bloß bis zu diesem komischen Strand, wo man Fiora kriegt. Hm, okay. Kommt da noch ne Weile. Und dann hab ich das DLC noch angefangen vor kurzem. Und das hört... Von der Story her... geht das mehr oder weniger nahtlos. Ein Jahr später halt weiter dann. Was ich ganz cool find, weil genau das wollte ich eigentlich sogar. Das hab ich... schon, ja. Das hab ich mir gewünscht. Das hab ich mir nen Gucken in der Hand. Wie ich jetzt wirklich nicht das eine Dingens finde. Nur weil das Spiel nicht will, dass ich bei Temp zuschauer. Ververs, oder? Schilder. Rot-Rocky. Rot-Rocky. Smoke-Rocky, okay. Oh, dann bist du bei der Kathedrale. Ich bin bei der Kathedrale, weil ich zum Abtreibungs-Tower möchte. Ah. Mein Haus und mein Hausbaum sind ja in der Nähe von der Kathedrale. Ah, ah, ah. Irgendwann haben wir so viele fucking Raketen, dass das scheißegal ist und man einfach rumfliegen kann, wie man will. sich keinen Gedanken darüber machen muss. Aber da muss ich erstmal noch die Farm echt gar machen. Was gar nicht so einfach ist, leider. Und war die Höhlen drumrum rum schon ausgeleuchtet schon da so. Ich bin oben angefangen. Wow. Oh, guck mal. Oh, mein Heuchzen sieht von hier oben cool aus. Da sieht man auch die Zimmer, weil es noch kein Tag hat. Das sieht nice aus bei hier oben. Ich bin unsicher in welche Richtung. Ach, da ist der Schlangenberg. Okay, ich seh. Die Türmen sind aber wirklich sehr hoch, ne? Bis ans, bis an die ganze, mehr oder weniger. Och, god fucking damn it. Ist das, warum ist das so schwer? Einfach nur die eine Sache zu finden, von der man schon ganz viele hat, aber nur noch eine will. Auf der Ebene bin ich ja. Oh, okay. Ich bin, ähm, Schlangenberg. Dann, in der Nähe ist so, das siehst du, auch so ein Glas, Viereck. Das ist eine Kaktuswahrung. Jetzt außen sehe ich lauter. Wie war das? Das unterste darf ich nicht abschlagen, richtig? Ja. Äh, womit muss ich das ernten? Ist das egal? Ist das egal. Einfach in der Mitte draufhauen, mit der Hand. Keine, keine sicherer Sache. Oh, okay, das ist eine Menge Lager. Weg da. Kann man das eigentlich anbauen? Reicht das einfach, wenn man das in Sand reinsteckt? Ja. Ja. Äh, also, bei dem muss es aber, also nicht Sand, also Sand ja, beziehungsweise Dreck geht auch, es muss aber neben Wasser sein. Okay. Ne, aber dann könnte ich zum Beispiel bei mir so ein paar hinbauen, wenn ich das möchte. Kann wohl nicht. Kann wohl nicht. Es gibt aber auch noch, äh, da in der Nähe gleich, wie gesagt, neben es in dieses Haus auch, so ein, äh, großer, viereckiger Würfel, das ist eine Kaktusform und direkt daneben ist dann, eine automatische, äh, äh, Dingensform. Funktioniert die? Die hatte doch mal Probleme. Nö, nö, die hatte nie Probleme. Okay, warte. Hm. Hallo. Nicht grad so Blut. Wo ist das denn? Ist kein Weg. Weiß mal, weißt du, oder ist das hier eigentlich? Sind die Häuschen? Ne. Sind die Häuschen alle so schick? Mhm. Du bist schöne Tischecke. Mhm. So. Goddammit. Ja, rein da. Wo bist du letztes Ancient Debris? Und was? Ich, ich, ich ersuche dich! Und ich, 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 ich... ...suche dich! Und ich, 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 ich suche dich! Er suchen! ich kann auch sagen scheiß drauf das muss nicht mehr die aufnahme aber ich bin böse aber ich glaube ich bin jetzt die aufnahme schon mal kannst du ohne aufnahme weiter weil irgendwie ist es vermutlich nicht so cool vor allem wenn ich nur noch so 15 minuten folge noch ja dann würde ich sagen die wupps mipps moupada pups mouput au disco in beschreibung außerdem link kutsu g und terminus der minas abonnieren